Willkommen zurück hier in der Wüßenburg und ich bin immer noch nicht allein als sowas ist immer noch nicht ich bin ich bin immer noch er ist immer noch nicht weg nein er ist schon wieder da er lässt mich einfach nicht allein weißt du was ich interessant finde diese Sand Fälle da ist es gibt es gibt viele Leute die würden jetzt sagen es sind solche Sandwasserfälle aber das ist falsch das heißt das Sandfälle so was wie diese also da wo der Sand runterfällt du weißt ich weiß nicht wie man das nennt so weil ein Sandwasserfall wäre ja sehr falsch weil es kann das wäre ja praktisch Sand und Wasser was da runterfällt aber es fällt ja nur Sand ich zerbrich mir den Kopf über die trivialsten scheiß Kleinigkeiten das glaubt man kaum äh ich sag dazu jetzt mal nichts weiter abgesehen davon dass ich mal wieder einen Fangstoß für die Gegend wir sind es sei es ich meine roter Tod ist der mit Feuer blauer Tod ist der mit Eis was ist nun Totenschädel heiße dann nur 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 vor Totenschädel das ist einfach durch zuverrichtig gemacht könnte man auch sagen aber nein wir sind schlauer alles geplant ja Marc hat vollkommen recht ich hab immer vollkommen geh mal zurück geh mal zurück an diese an diese Kante da spring da mal kurz runter und guck dir diese Kante an nein zurück da diese Kante guck dir die obersten Steine an ne du siehst diesen obersten Stein jetzt kletter hoch und guck bei den obersten Stein mal wie es dann am Boden ist da sind einfach so Rillen da auf dem Boden die gehen da runter und dann beim Stein ist einfach ein kleiner Stein sieh dir das an siehst du das ich sehe es oder da da ist ein Riss und da oben ist einfach alles super das nenne ich erstklassige Detailarbeit so macht man es daran merkt man überhaupt nicht dass wir in einem Spiel sind mit Texte mit genau Texturen meine Fresse und schön wie hier die Kamera sogar rauszoomt ja ich könnte mir jetzt sogar absichtlich nein WTF du Scheißrecks wie verpiss ich aber ich muss sagen da haben die wirklich sehr sehr gut haben was tust du da ich will wissen ob hier hinten vielleicht noch was ist aber nur hier ja Sand kannst du nicht hätte ich damit rechnen können dass hier hinten Sand ist das ist sehr ja erfüllen muss ich sagen dazu ich meine hallo Sand wer hätte damit gerechnet hier aber sagt das sagt das bloß nicht Anakin Skywalker der mag keinen Sand das geht's everywhere äh ich weiß nicht ob du die Anspielung verstehst hast du die Filme gesehen Star Wars äh nope okay gut verstehst du es nicht dafür hast mich irgendwie immer noch jeder äh zu Recht ich weiß das sagen sie alle ich weiß auch nicht warum ich mit dir spreche ich bin ich bin ich bin so an alle klar ich mag mangos macht es sich ja so gut hallo bester Freund ich Prozent zu kommen jetzt zu tun kann ich mich da und du kannst hier und voraus ziehen nein ich hätte unten drunter durchlaufen war aber du kannst es trotzdem irgendwo und ja du kannst das ist drüben oder kannst runter springen ich weiß nicht ob es funktioniert schon einmal funktioniert ja jetzt wieder die Kante hoch die keinen Sinn macht nur weil sie einfach wirklich ihre Textur falsch auf ihre Polygonen geklatscht haben ja warum war das gleich noch bei deinem Lieblings Dungeon dein Spaß ist bestimmt mit jemandem ja genau deswegen hasse ich diesen Dungeon jetzt wegen so einem kleinen Detail echt so geht gar nicht was weißt du ich werde jetzt einfach mal kackenreis behaupten das ist das oh ein Stempel überrascht mit nur überrascht sieht ziemlich scheiße aus ich werde jetzt einfach mal kackenreis behaupten das war in der Gamecube Version gar nicht so das ist jetzt nur in der HD alles ist klar reg dich ruhig drüber auf das war bestimmt in der Gamecube Version so aber wer kann es mir überweisen hm jemand der auf YouTube äh äh Gameplay footage zur Gamecube Version raussucht vielleicht aber du jetzt gerade in diesem Moment nicht also werde ich es einfach behaupten man kann es doch einfach in dem LP nachschauen bei David jetzt darfst du nichts Falsches sagen was soll ich Falsches sagen ich guck Davids Displays nicht ich war zwar auch bei ihm hier mit dabei okay doch dann habe ich es geguckt wenn ich bei irgendjemand dabei bin dann gucke ich stimmt eigentlich du als einfach auch rein auf der Logik du musst es gesehen haben ja aber da habe ich nicht drauf geachtet so wenn wir jetzt hier jedes Mal in die Mitte vom Kronleuchter stellen können wir dann hier ganz einfach durch und ich sehe gerade hätten so da ranzen können oder nein das ist so einfach nur der allgemeine Rückblick oder so ne so egal nicht zurück schauen immer nach vorne schauen das ist das Motto nachdem ich garantiert mein ganzes Leben nachher nicht gelebt habe aber was solltest du vielleicht mal machen lebt sich's definitiv einfacher würde ich fast behaupten ja und das ist übrigens der Raum wo du wo wir vor uns im letzten paar noch so diskutiert haben gibt es sowas wie Stahlfoss ja gibt es ne die Diskussion war ob diese Kleinviecher schon als Stahlfoss zählen aber wo er ist ja stimmt und diese Knochen sehen nicht gut aus diese Knochen sehen nicht aus wie Knochen das das muss ich auch einfach mal ansprechen ich bin ein wenig enttäuscht von der HD Version von Twilight Princess es ist es sieht einfach nicht so gut aus wie man sich ne HD Version von Twilight Princess wünscht es ist halt ein weiteres Spiel auf der Liste von wegen so mhm die Fans bettet immer noch um Zelda you und sind zu tot enttäuscht äh da fress ähm ja voll ähm Adoros Mars 3D fress das Zelda verresst äh Triforce Heroes ähm die Sache ist ja sie haben ja die Polygonen nicht überarbeitet damit die Texturen ne die Texturen haben sie auch nicht wirklich überarbeitet finde ich meine ich sehe kaum neue Texturen in dem Spiel ja nicht neue aber sie haben sie höher skaliert sag ich mal äh sie sind die Texturen haben eine höhere Qualität sie haben vielleicht was mit Lichteffekten oder sowas noch gemacht aber die Polygonen dürften größtenteils gleich sein eventuell haben sie nur die von den Charakteren verändert weil das wäre die einzige Erklärung die für Ilias Gesicht hätte dass sie wirklich die Polygonen verändert haben müssen warum sie es getan haben keine Ahnung aber ich weiß nur dass du dich mit jemand anderes zusammenschließen kannst nämlich einen guten Kumpf von mir der auch noch in dem Let's Play dabei sein wird im letzten regulären dann schon ich darf ja die Namen immer nicht verraten ähm der der mag das Spiel auch nicht also die HD-Version weil der Princes liebt er über alles aber er ist die HD-Version da hat er persönlich nämlich viel vergeben ich kann es nachvollziehen dass Hass auf das Spiel existiert also Hass Hass ist extrem gesagt ne Hass ist extrem gesagt ich find's einfach irgendwie ne verarsche kann man das dazu sagen äh das ist ein bisschen viel aber ich find's schlampig gearbeitet ja schlampig trifft's eher weil es ist es ist kein wirkliches äh ich muss ja kurz den Leuten das Rätsel erklären weil ich jetzt wahrscheinlich denkt WTF hat er grad gemacht normalerweise ist es so ihr müsst ihr vorderste Fackel anzunehmen und dann eine von den fünf hier hinten und es gibt nur eine richtige wo die Dwarf geht bei einem anderen erscheinen Gegner diese Mini-Stahl-Force ich wusste allerdings noch ich weiß dass es nur die dass die ganz recht die die richtige Ach ja das ist nur die wenn wir hier wenn wir wieder über meinen Ocarina of Time und mein George Mars Quiz oder nicht unbedingt mein George Mars aber Ocarina of Time ich kenne fast jede Truhe dieses Spiels auswendig ich kann dir sagen bei einer x-beliebigen Truhe die irgendwo im Dungeon-Engine rumsteht ob da 20 Rubine, 5 Rubinen, Schlüssel oder sonst ne Kleinigkeit drin ist ich glaub mit ein bisschen Übung würde ich das sogar auch hinkriegen ja aber ich hab's ja nicht geübt ich hab's einfach so oft gespielt dass ich's irgendwann wusste ok das könnte man als Üben werten klar aber ich hab also es ist nicht so dass ich wirklich drauf geachtet habe was da drin ist demnach ich will ja nichts sagen aber die Methode hat er jetzt dann auch wo ein klein wenig von seinem Kumpel aus dem Waldtempel kopiert ja ne aber ich hab Ocarina of Time auch so oft durchgespielt wie gesagt ich würde auch glatt behaupten wenn ich's ein paar mal öfter spielen würde dann würde ich schon auch irgendwann hinkriegen ja ja nicht unbedingt das so wie du aber naja ich hab auch ich glaub ich hab's auch ein bisschen übertrieben gesagt aber ich hatte das halt in meinem Let's Plays mir das öfter aufgefallen dass ich denen gesagt hab hier dürften jetzt 20 Rubine drin sein waren da 20 Rubine drin hab ich mich gefragt warum weißt du das das sind 20 Rubine gewichtigeres im Leben ja ja weil es auch Speicherkapazität meines Gehirns verbraucht dieses vielleicht mit anderen Sachen hätte Schule ach nein Gott nahe ach nein das doch nicht das ist meine Denkweise der Dinge ja ich bin so ein komischer Gamer der noch über Schule nachdenkt ich weiß oh schlimm so was jedenfalls haben wir jetzt alle Geister und wir können jetzt in das zweite Areal der Wüßenburg vordringen und wie gesagt dann das deutlich bessere wie ich sogar eigentlich finde wo das jetzt eigentlich auch schon ganz chillig war ja ne das ist das zweite ist aus einem Grund so oder so besser und zwar das Dungeon Item und was man damit machen kann oh ja also ich finde ab dem Punkt wo du das Dungeon Item mit dem Dungeon hast da geht der einfach end ab bis zum Ende des äh wo du dann oben bist also ja da wo der Schattenspiegel ist ich meine wir wissen ja warum wir hier sind mhm das ist ja auch das Ziel wo wir hinwollen und ehrlich gestanden würde ich dich dann ähnlich wie David nach der äh nach dem Boss ausladen ja also nicht mehr in der Katzen ja gut und da ist das Ziel unserer Begierde der Master Schlüssel allerdings äh ja da kommen wir jetzt nicht wirklich grad ran ja so ohne weiteres und hier sind Zahnräder und alles eine Sache mit dem Schattenspiegel wie wie soll man sich eigentlich einen Schattenspiegel vorstellen denn oder naja es ist ein seltsamer Begriff weil ein Spiegel funktioniert ja so dass er das Licht reflektiert praktisch was auf ihn scheint und deswegen ne deswegen kannst du das Ding ist ja praktisch alle visuellen Bilder die wir wahrnehmen sind ja auch eigentlich wie hast du den daneben hinbekommen ich habe keine Ahnung also alle alle visuellen Bilder die ein Mensch wahrnimmt sind ja praktisch Licht ist ja praktisch Licht das ist ein Auge erfasst und ein Spiegel reflektiert ja auch nur das Licht das denn als visuelles das dann praktisch ne du weißt was ich meine auf jeden Fall und ist ein Schattenspiegel reflektiert der dann praktisch nur die Schatten oder ist das einfach nur oder oder ist das einfach nur so ein Name so oder ist das Schattenspiegel das klang einfach cool ich denke wir beide wissen die Antwort darauf ja gut aber um ich ehrlich gestanden als ich das erst einmal gehört habe habe ich dann so ein Gegenstand wie das Auge der Wahrheit gedacht wenn du verstehst was ich meine halt so das Auge der Wahrheit hat ja auch so was schattenartiges an sich und alles sieht aus wie so ein Spiegel und so habe ich mir halt dann den Schattenspiegel auch vorgestellt und war voll enttäuscht als ich gesehen habe das ist also ich finde es schon cool und alles aber wenn man sich halt so eine Vorstellung macht dann ist man halt schon irgendwo ein bisschen so enttäuscht wenn es dann nicht ganz so krass ist ja ich verstehe vollkommen was du meinst auf der anderen Seite ähm finde ich das Auge der Wahrheit jetzt nicht so den geilsten Gegenstand aller Zeiten ist ganz nett und braucht man sicherlich um weiter zu kommen aber auf der anderen Seite war es denn wirklich nur Moment mal du hast gedacht das ist sowas wie ein Auge der Wahrheit ja dir war aber schon bewusst dass der Wolf diese Rolle in diesem Spiel übernimmt oder? ähm ja das war mir schon klar aber ich meine ich hatte da ja zu dem Zeitpunkt in die LP geschaut was ist die falsche Richtung ich mag diesen Raum nicht er zieht sich einfach nur unnötig lange ich finde ihn von der Idee sau cool an sich mag ich auch ja ich mag den Raum ich glaub aus ähnlichen Gründen warum ich den Wassertemple in Ocarina of Time liebe alles klar der kommt einfach mal durch die Decke weil das einfach weil das einfach ein gutes Rätsel ist aber ich verstehe warum Leute den nicht mögen weil wenn man hier nicht einfach durchkommt kann das sehr frustrierend sein dieses Rätsel weil es sehr ja frustrierend einfach ist es ist einfach so du weißt nie in welche Richtung man drehen soll es so ja es könnte genauso gut im Wassertempel von Ocarina of Time sein was überhaupt gar kein Thief auf den Dungeon ist wo du noch dabei sein wirst du schrägstrich was ich meine es ist jetzt ist ja auch sowieso klar aber nein was wovon redest du? äh ja ich hab selbst keine Ahnung was ich da gerade gesagt habe an sich ist es auch so ein bisschen mit dem Wasserstand wenn du mich fragst das das diese Plattform kann ein bisschen den Wasserstand des Wassertemples das ist jetzt sehr viel rein interpretiert aber ich glaube falsche Richtung ja ich glaube dass die Wüstenburg hier einfach nur dieser Dungeon soll praktisch so ein best of Zelda Ocarina of Time Dungeon sein ich bin mir ziemlich sicher ich bin mir zu 2% sicher dass das die Idee hinter diesem Dungeon ist äh man kann ihn damit hundertprozentig beschreiben aber das bezweifle ich dann doch sehr stark wie sieht es eigentlich von der Partzeit her aus? öhh wann haben wir den letzten beendet? oder beziehungsweise na wir sind jetzt circa bei 16 Minuten würde ich fast sagen ich bin mir nicht sicher wann wir angefangen haben ist die Sache also ich würde aber fast sagen wir haben bei ungefähr 30 oder so angefangen ja ja genau so ist wir nehmen au das machen Schaden toll das ist auch mal der Fahrt ich glaube der Wolf kann fast länger auf dem Sandloch nicht keine Ahnung ja es würde Sinn machen weil ein Wolf leichter leichter sein dürfte als ein Mensch und auf der anderen Seite können Eisenketten auf dem Sand aufliegen also ich weiß nicht wie sehr sie sich darüber Gedanken gemacht haben über das Gewicht aber normalerweise funktioniert so dass Sachen die Dienst die schwerer sind natürlich schneller im Sand versinken als Sachen die leichter sind unter normalen Umständen wie gesagt eine Eisenkarte kann auf jeden Fall aufliegen also ich weiß ich aber das ist so ein Ding ist sich zurückgelegt oder ja das ist so ein steuer oh ne das heißt ich muss erstmal rausfinden wo ich überhaupt lang muss und es wäre nicht schlecht vorher die ganzen scheiß Ratten zu killen ja da ist schon wieder eine oh hier sind so oh ja ein Kito ey ich hab's nicht mit diesem Dungeon nein 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 da mach ich da mach ich nicht lange hier durch das Schwichen mit verpiss dich und ihr lasst los hier was sind das eigentlich Fanratten? wenn sie so anhänglich sind hier aber hatten sie noch auch nicht so anhänglich wo da kann auch nicht wenn ich nicht mit Ratten aus aber auch schon noch nicht das muss sie sind anhänglich und wollen mich in die Tiefen des Treibs an des Zahn die Sonne scheint zu so gecheckt ja auf anderen Seite ich glaube sonst scheint hier in diesem dann schon auch nicht wirklich die Sonne ja gut nur so eine Theorie touché äh oh das hat sogar noch Stacheln an der Seite hm ja so wie in der Minute da Kron eben auch das ist ein Ding da ok gut ich glaube das sind jetzt langsicher genau hier in dem zweiten Areal da im Untergrund und Leute da ist sogar die Tante auf der Karte eingezeichnet einfach mal oh Gott das viel ist auch die Tante ist eine Sache ein ich glaube ich glaube die Tante ist allein ist der alleinige Grund warum Twilight Princess ab 12 ist und nicht ab 6 nicht eher wegen äh dem Tod vom Final Boss um nichts vorne wegzunehmen auch was der der Tod von äh der ok der zugegeben er ist nicht schlimmer als der ich meine der von Wind Waker der Wind Waker ist mit unter der brutalste in der ganzen Zelda äh Dynastie und das Spiel ist ab 6 warte der Wind Waker war ab 6 der Spiel war doch mindestens ab 12 oder vor Ort im Moment ich 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 hab da ich hab das Spiel ich guck jetzt nach ob ich die ab 12 ist weil ich bin ziemlich sicher dass Wind Waker HD nicht ab 12 ist es ist ab 6 Wind Waker HD alles klar äh ne das und Twilight Princess war also Twilight Princess war ab 12 wow 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 mein Mikrofon Twilight Princess war auf jeden Fall ab 12 und ich ich nehme an der hat die Teils auch ab 12 oder äh ja da hat die Teils definitiv ab 12 aber ich kann mich hier dass Wind Waker Hitchy auch ab 12 für sie was ist das nicht ich konnte es gerade nicht nachschauen wird es auf der Video drauf geladen ist ok bei mir und du kannst jetzt gerne die Tante synchronisieren ich darf die Tante synchronisieren ja das ist Elia mit 80 oder so keine Ahnung bitte sagt mir das es wenigstens Gamecube Version Elia ist nein natürlich die hier die Elia ok da brauche ich da brauche ich eine passende Sprache Puh endlich draußen Mensch ach der nette Mensch von neulich schön dich zu sehen reisen wir doch ein Stück gemeinsam von äh wo wir uns schon wieder getroffen haben Erdenmensch gib uns Bescheid wenn du raus willst das Mutterschiff wird dich hochbeam jederzeit das ist in der Tat eine gute Idee für die Tante und den Sinn und Zweck den sie hat aber ich hab mir gerade irgendwas überlegt haben genau ich mein hallo wenn das Elia ist mit 80 ich hab wir haben uns mal geliebt gut das ist ja nicht wirklich bestätigt wieso sollte es auch jemand bestätigen es ist nicht wirklich bestätigt aber immerhin um die Wahrsagerin wenn du in Hyrule statt wenn sie nach Liebe fahrt dann wird sie dir zeigen wo ihr wie ob momentan rumhängt das ist eigentlich zeigt sie mir immer dann wo ein Herzteil ist aber echt ja ich glaube wenn du echt oh Moment vielleicht wenn ich alle eingesammelt habe alle Herzteile dann vielleicht es kann sein oder ich verwechsel das gerade weil ich hab ein Bild im Kopf da habe ich sie gefragt wo ein Herzteil ist und sie hat mit Kakariko angezeigt wo Elia da gerade war dürfte er jetzt im Moment auch sein ja es könnte eventuell sein dass er auch einfach Herzer wollte sie einfach mit Taleter Vollidurten aber ich hab grad zwei Stahlvors auf den einfachsten Weg überhaupt gekillt ja und das kann in der Zeit sein dass aber ich denke mir dass das das ist ja dann für ein Herzteil war das ja vielleicht vergessen das aber eine Sache noch wo ich so sagen musste dass dieser Dungeon Zelda Ocarina of Time Dungeon besser war dieser Raum gerade mit der mit dem sich drehenden äh wie heißt so was dieser Start mit den ganzen Stacheln ich weiß schon was du meinst das Ding da ja genau das Ding das sowas ähnliches gab es im Schatten Schatten Tempel von Ocarina of Time nach mir der Senzel jaja genau und hier ist es äh so ein Ding ich meine ich würde ich würde ich würde wenn es wenn ich tatsächlich ein Zelda Ocarina of Time Dungeon Bestauf machen würde würde ich absolut kein einziges Element aus dem Schattentemperan nehmen aber geht schon irgendwie klar ne das sind keine das sind auf jeden Fall keine Skarabäusche das sind irgendwelche das sind glaube ich das sind das sind sechsbeinige relativ normale Käfer die keine besonderen Charakteristiken an sich haben deswegen ist es schwer zu sagen ich dachte es sogar eine Zeit lang immer das ist ähm Kaka Skorpione wäre nee Skorpione nicht Skorpione haben 8 Beine das sind ja Spinnentiere ja Arachnoliden ist der Begriff ähm es könnten Kaka Laken vielleicht ich bin mir sicher ich glaube Kaka Laken sehen ein bisschen anders aus ja auf jeden Fall im nächsten Part ähm obwohl ich kann noch den Raum zeigen ich kann noch den Raum zeigen oh ja wir öffnen Leute extra Content wer jetzt dran bleibt Sie den Zwischenboss ihr könnt sehen wie eine Tür geöffnet werden oh ok gut das ist natürlich das ist schon ein bisschen was aber ich wollte eigentlich sagen ihr könnt eine Tür geöffnet werden sehen ja das sieht interessant aus der Schwert auch wunderschön wie es überall mit solchen Runen da versiegelt ist was ja auch so ein äh japanischer äh Religionsscheiß ist von wegen nen Ding die Seile mit denen etwas gefesselt ist mit solchen Runen zu verstärken und gegen böse böse Geister oder sowas natürlich an sich komplett Blödsinn aber ist doch ganz nett sieht doch nett aus was es mit diesem Schwert auf sich hat wenn wir im nächsten Part ziehen vielleicht naja vielleicht war es ja doch ein klein wenig gelogen dass es noch ein stärkeres Schwert wie das Master Schwert in dem Spiel gibt aber wenn überhaupt ziehen wir es zum nächsten Part wo wir dann wahrscheinlich die Wüstenburg abschließen werden denn so groß ist der Teil nicht mehr leider der nach dem Erhalt des Dungeon Items kommt leider leider ich würde echt das so feiern wenn dann noch so ein Großteil gekommen wäre aber wir sind dann echt ziemlich schnell am Ende des Dungeons angelangt und soweit bis zum nächsten Mal und tschau bei Let's play Zelda Twilight Princess HD Tschüss